Hey Freunde, was geht ab? Heute geht es um das Beuchladen. Und zwar haben wir für euch ein Beginner-Air-Workout, das heißt Bauchmuskeltraining für Anfänger. Ihr braucht dafür kein Equipment, ihr braucht kein Studio, ihr könnt zu Hause auf dem Teppich machen, im Wohnzimmer. Wenn das Badezimmer groß genug ist, dann auch zwischen Dusche und Zähne putzen. Keine Ausreden, das ist ganz wichtig. Folgendermaßen läuft das Spielchen ab, 45 Sekunden lang wird gearbeitet und dann gönnt euch 15 Sekunden Pause. Also, wir starten die Uhr, 45 Sekunden lang, so kann der Sprinter auf der Stelle laufen, zieht die Knie bis zur Hüfte, fertig, 3, 2, 1, und los. Ausreden, schön die Knie hochziehen, bringen die Kreise aus, Entschwung, der Puls steigert sich. Und hier haben wir den Körper, der gleichzeitig warm und aktiv für unser Kugelang. Ja, versuchen durchzuziehen, beißen, gleich geschafft. Für die von euch, die schon früher da unterwegs sind, können die irgendwie noch nicht mehr rausfinden. Boah, selbst ich merke es, okay, Pumpe läuft, fertig für die Arbeit. Beine gestreckt, Russian Twist, Oberkörper rotiert, einmal rechts, einmal links. Okay, guck mal, die Hände leicht auf den Boden zu decken. Beine gestreckt, Hände berühren den Boden. Well, jetzt geht's los, hinterher und abzucht. Gut, dann geht's los. Nächste Runde, Beine gestreckt oben, Hände unter den Bruch, unter den Bruch fest am Bruch, Leg raises, bewegen die Beine auf und ab, kurz über den Boden stopp und wieder hoch. Achtet darauf, dass ihr hier nicht ins Hohenkreuz geht, ihr könnt den Oberkörper aktivieren, die Schulter ein bisschen oben lassen, das unterstützt dabei euren unteren Rücken fest wie ein Blatt auf den Boden zu drücken. Yes, ab, schon ein bisschen es kommt und draußen. Gleiches Spiel, wir bleiben in der Position, wir legen uns hin. Hüfte, wir können die Beine nach vorne, wieder hoch, die Hüfte heben hoch, vor und zurück die Beine, Hüfte heben, vor und zurück die Beine, Hüfte hoch. Ja, jetzt kommt die Beine nach unten, und wieder hoch. Ich hab mich mit Gästen in die Beine auf. In Europa beim Boden stopp. Woh, ich bin hier aufer, aber behaange hier ein bisschen wie ein Blatt, die Beine nach nach unten. Woh ich bin hier! Woh, ich bin hier auf, bei uns hier. Woh, ich bin hier in den Bauch für Kuchen auf. Kann ich dich, wie ein Leiterer? Und wir merken schon, dass man ein bisschen spürt, auch von mir, Freunde. Weiter geht's mit den Crunches, halten dir die Beine in der Luft 90 Grad angewinkelt, die Hände nach oben, als wenn ihr die Decke bluten wollt. Oh, oh. So, so. So, so. Sehr gut, auch für die nächste Runde Mountain Climber, geht mit dem Unterhandspitzen, mit dem Lenk in die Zoomung und von hier zieht ihr das Knie. Super! The Mabel Halfахort Votten Rindeln 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 Wenn das Rindeln Rindeln So Freunde, vorher zurück, gehen wieder in die Sitzposition, Hände locker an der Seite, Beine zur, zurück. Yes, Mario, konnte ich nicht, die letzten 15 Sekunden. Leichte Cardio Session, Jumping Jacks, die eilenwerten Humble Männer locker bewegen. Letzten 25 Sekunden. Ja, das war's. Ja, was geschafft, wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich über zwei, drei Rücken durchführen. Okay, habt ihr gemerkt, ihr braucht kein Equipment. Das Training ist überall möglich, Freunde. Und es ist effektiv. Wow, ich bin selber total fertig. Also, schreibt mir in die Kommentare, wie hat euch das Video gefallen? Wie hat euch das Workout gefallen? Wie geht es euch dabei? Wie lange habt ihr Postbeater gehabt? Kommentiert das Video. Abonniert diesen Kanal. Und wir freuen uns auf eurem nächsten Mal.